Wieso kommt ihr eigentlich erst raus, wenn ich so Sensor gesprungen habe? Kann ich euch hier auch was springen? Eigentlich schon. Wo wir gerade beim Thema wären. Und hier? Kann ich nicht spielen. Was schießt? Okay. Hier ist er. Hier ist er. Was machst du hier? Sommerferien. Hier ist er. Oh. Oh. Ein Leck. Oh. 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 Ich glaub. Ja. Wahrscheinlich. Ich bin jetzt hier draußen und ich weiß nicht, was ich hier machen soll. Okay, da drüben komme ich nicht rüber, hier komme ich nicht runter. Das war kein Treffer. Geht das überhaupt kaputt, das Ding? Aber es braucht viel Beschuss. Und ob mir das hilft, weiß ich auch noch nicht. Komme ich hier runter? Nicht so. Ich komme hier rüber. Einfach nur um zu gucken, was hier ist. Da drüben bin ich rüber gelaufen. Hier komme ich auch nicht so richtig lang. Hier fragt auch keiner, was ich hier mache. Dann muss ich hier nochmal rüber. Und hier ist mir die weg. Und gespeichert. Dann muss ich hier nicht nochmal rüber. Das ist schon mal gut. Hier kann ich jetzt etwas freier gucken, ob sich hier vielleicht doch noch was Sinnvolles befindet. Und wir wissen alle, nein. Halt! Aber da irgendwo befinden sich noch Gegner. und ich habe das nicht mehr. Aber da ist das nicht mehr. Das ist das nicht mehr. Ich habe das nicht mehr gespeichert. Wo kamt ihr denn jetzt hier, ihr beiden? Von hier anscheinend nicht, also von hier um die Ecke. Anscheinend auch nicht. Ihr seid doch nicht extra, kann ich hier rückdrecken. Ihr seid doch nicht extra gespawnt dafür, dass ich hier um die Ecke gelaufen bin, oder? Ok, ich kürze es mal ab. Wo geht es einfach hier durch? Dann bin ich mit dem Finger auf die richtige Maus dazu gekommen. Ich würde ja gerne... und dieses Auto. Das ist jetzt auch nicht was, wo ich rein muss, ja? Alle eigentlich. Und ich wollte mein Handy noch leiser machen. Scheiße, dass ich überhaupt keine Ahnung habe, wo ich jetzt längs muss. Der Ort, wo ich jetzt eigentlich ja längs wollte, ist dicht. Da gibt's nichts. Hier die Dinger sind zu, hier ist zu. Ich kann hier nochmal die Leiter hoch, die ich da drüben mache. Hier ist aber auch kein anderer Ausgang. Hier bin ich eben rüber und hab diese beiden Exkurse gemacht. Dann schieße ich nochmal kurz weg. Ärgere mich, dass ich keine mehr. Ja, keine, was er immer noch mehr hat. Der liegt schon. Ich will eigentlich gar nicht speichern, aber ich muss. Mal gucken und ich spiele. Ja. Das klang gut. Der klang irgendwie nicht so gut. Weil der mich überrascht hat. So. Amor. Jetzt war ich noch ein Midi-Pack, dann bin ich fröhlich. Aber ich weiß nicht, was ich hier unten machen soll und speichere trotzdem. Auch wenn ich weiß, dass es eigentlich das Beste an der Idee war, die man haben kann, gerade. In diesem Moment. Jetzt wär's besser. Jetzt hör ich aber wieder geschissen. Oh. Ich war eigentlich sicher an meinem Ort. Okay. Okay. Wow. Auf dem letzten Schuss. Na gut, dass ich das gemacht habe. Jetzt hab ich immer noch die große Frage, wo geht's weiter? Bin ich hier überhaupt richtig? Gibt es hier überhaupt einen Ausweg? Okay. Oder kann ich irgendwo hochklettern? Sehe ich das richtig, dass hier der auf der Tür offen ist? Komm ich hier rum? Ja. Ja. Ich stelle die Frage mit, komm ich hier rum nochmal? Aber anders. Geht's noch einen anderen Weg raus? Nein, oder? Okay, muss ich halt hier durch. Ich weiß, der mich so immer überraschen muss, echt. Oh ja. Eigentlich gar keinen Schuss mehr dafür. Aber ich hab für sie jetzt wieder Schuss. Das ist gut. Aber die hat ihn eigentlich immer recht gut weggemacht. Aber wie kann ich das denn jetzt aus sicherer Position machen? Daher komme ich jetzt nicht dran. Dass ich ihn ins Gesicht gucken kann. Hier kann ich auch nicht viel machen. Ich kann ja nicht wirklich ständig hier so gucken. Obwohl, jetzt weiß er noch nicht, dass ich da bin. Dann geht er weg. Das sieht nicht auf mich erstmal nicht. Ja, ich glaube ich nehme mich jetzt an dieser Stelle auf. Ich habe auch nichts Lustiges mehr mitgegangen. Also, oder? Hier habe ich anscheinend noch eine drin. Nein, habe ich nicht. Es macht nur einmal flunk. Und ich weiß nicht wieso. Ich falle eben erfolgreich die Kinnigscheibe weg. Das ist doch gut. Weg ist weg. Weg ist weg. Und den anderen habe ich übersehen. Was kommt denn da? Von wo? Von wo? Ist das noch so einer? Obwohl die Schlüssel waren zu leise dafür. Ich speichere mal ganz gut hier. Wo war denn hier jetzt einer? Hä? Wer da was schießt von wo oder wo? Auch nicht. Okay, jetzt weiß ich woher ist. Ja, super. Ja, der hat sich jetzt eh nicht gelegt. Und ich gehe nicht davon aus, dass es der letzte war. Ja, super. Das war nicht der letzte. Ja. Nochmal. Ja, das wird eine sehr spannende Folge. Ja. Ja. Das wird sehr spannend. Ich habe auch die gute Waffe nicht mehr, die den schneller gut macht. Ich könnte nochmal so machen. Aber damit kann ich nicht... Okay. Damit kann ich nicht so zielen. Und er macht mich direkt fertig. Wieso macht er mich so schnell kaputt? Okay. Los, es ist schwer. Er ist ein Teil. Und ich habe echt keine Munition mehr für die beiden. Das ist doch... Hier musste ich mir das Tode erledigen oder so ein Schmarrn. Oder ist nur Beleuchtung? Keine... irgendwas. Jetzt habe ich den anderen auch. Ja, das war die Sache. Okay. Tschüss. Gut, mach ich erstmal die da hin. Höchst. Ich habe den anderen jetzt gerade zerlegt, oder? Jetzt findest du hier nicht mehr. Und ihnen darfst du jetzt auch nochmal zerlegen. Oh Gott. Bitte! Echt, er trifft mich einmal und ich bin weg!